hallo leute herzlich willkommen bei jacuzza 7 mit big frank gaming schön dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt ja genau das fun house das soll ich nicht vergessen ja wir müssen tatsächlich weiter aufleveln weil wir noch ein paar problemchen haben und in unserer ich sag mal auf unserem level nicht so weiter kommen das sind gleich vier wild pinkler ja wer von denen soll der wild pinkler sein? der zweite von links sag ich mal einfach warum ist da blut dran ok dann beim nächsten mal so wohin waren wir denn auf dem weg? wollten eigentlich nur den rest hier erkunden gehen ja das heißt geradeaus und an der Tsurukama brücke Richtung highway und dann links hoch ok aber heißt natürlich nicht dass wir uns die möglichkeit zu leveln entgehen lassen sollten unerfahrener jacuzza und kampfpenner aber wir bleiben natürlich bei der heilung als oberste priorität das ist wichtig oi 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 ich hoffe ich hab das jetzt nicht gehört mein gott ey ich wollte eigentlich nur das mikro ein stückchen näher ran ziehen boah das sind meinen ohren wehgetan jetzt gerade oi 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 ja das mach ich auch nie wieder an dem mikro ziehen puh da schüttel ich mich richtig ja Leute was habt ihr so in der letzten zeit gemacht? hinterlasst doch mal einen kommentar und sagt mir was ihr gerade zockt oder natürlich auch ich meine das ist jetzt schon folge 22 ich nehme den ganzen kram hier echt im voraus auf und hoffe darauf dass er auch wirklich angeschaut wird ich weiß noch nicht wann ich die folgen hier hochlade bearbeite rendere ich hoffe einfach nur dass ich möglichst viele von euch die sachen angucken aber wenn ihr jetzt natürlich nicht dabei seid oder nur kurz reinschaltet dann haut doch mal raus was ihr euch wünscht dass ich für euch zocke hier ja also was wollt ihr sehen? oh cool hier krieg ich eine gratis super ist ja auch nicht schlecht ja also wenn ihr lust habt irgendwas meiner speziellen art jetzt zu sehen und ritter vom fass ne also wenn ihr wollt dass ich irgendwas für euch zocke oder ihr glaubt ja das spiel könnte jetzt besonders interessant werden mit frank dann haut raus und sagt bescheid ich hab da kein problem mit wenn mir das spiel auch halbwegs gefällt dann mach ich das ganze und ja ich sag mal die frankie muss spielen geschichte steht natürlich immer noch irgendwo im raum ne also das ist eine aktion die könnten uns wirklich mal aufheben und da muss man dann natürlich schon ordentlich ein paar leute kriegen ja die da auch dran teilnehmen wollen und mir ein bisschen was vorschreiben wollen was ich zocken soll ne ähm es gibt natürlich dann muss ich mir noch einfallen lassen richtlinien dafür also ich muss natürlich mein bestes geben das ist natürlich gar keine frage aber ja ich sag mal so einfache dinge wie ja selbst wenn es gar nicht geht so maximal zehn folgen mehr gibt es dann davon nicht ja oder fünf folgen ich weiß es noch nicht gucken wir mal ja es gibt so spiele die mir aufbürgen könntet ja wo ich glaube dass ich nicht besser werden werde egal wie lange ich es versuche nehmen wir als beispiel mal sekiro sekiro wollte ich immer spielen ich liebe die optik von dem spiel ich finde das spiel richtig klasse ja ich bin total begeistert davon ja aber ich habe es nie über den ersten gegner der ein bisschen stärker war hinaus geschafft ich meine so mit dark souls oder so bin ich ja noch halbwegs klar gekommen ja ausweichen zuschlagen ausweichen zuschlagen mit genug training komme ich da bestimmt noch wieder rein aber aber ich sag mal tatsächlich so sekiro das war gar nichts für mich wo ich da auch noch rechtzeitig parieren muss und ihr seht ja hier wenn ich mal ne gute parade lande ich freue mich da drüber ja weil es zufall ist ich bin da nicht so derjenige der so extrem schnell reagieren kann oder extrem gut reagiert oder lust hat sich da extrem drauf einzulassen und vor allem gerade wenn mir ein spiel gefällt wie sekiro zum beispiel ja dann und ich komme dann gar nicht weiter dann reg ich mich da tierisch rüber auf und toi 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 ich habe bis jetzt noch nicht einmal aus wutenden controller zerstört oder sonst was und ich sag mal das soll auch so bleiben weil ich sag mal guck mal was die controller als total kosten schaut einfach mal so ein xbox controller kostet jetzt schon 60 70 euro die ps4 controller kosten auch 70 euro 75 euro je nachdem ey die sind schon nicht billig die dinger also das ist schon nix ob man sich mal ebenso nebenbei holt weil man ups ich habe es zerschlagen ja weil ich meinte natürlich die ps5 controller nicht die ps4 controller ps4 controller gibt es natürlich mittlerweile relativ günstig aber trotzdem muss ich die nicht ständig neu kaufen da habe ich dann auch keine lust zu hier gibt es noch mehr papierteller ok ach guck mal schon wieder so ein so ein wendehals maximale offensive oh das sind jetzt schon zwei ok da müssen wir durchaus vorsichtig sein das sind drei oh oh ach naja so kräftig sind die auch nicht mehr wie der erste da können wir gleich wieder umschalten ne so ich muss mir noch so eine kleine stoppuhr besorgen so eine kleine digitale zum aufstellen oder so so eine schachuhr damit ich besser die zeit der folge im blick behalten kann ich könnte jetzt natürlich auch hier auf das kleinere bild schalten dann hätte ich die uhr im blick aber ich möchte natürlich auch ein bisschen was von dem spiel haben ne darum habe ich das natürlich im vollbild aufnahmenprogramm ausgeblendet spiel auf vollbild ich kann es leider nicht auf zwei verschiedene bildschirme laufen lassen ah wieder mal der rang erhöht ok 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 das gefällt mir so langsam kommen wir der sache ein bisschen näher ja ich denke auch mal wir werden eventuell die folge jetzt etwas überziehen hier schauen wir mal wie es läuft da ist ein nein nein geht da drüber man ein bienenstock den kann man bestimmt noch brauchen um ihn irgendwem an den kopf zu werfen unter garantie oh wir stehen doch auf offensiv naja soll nichts das soll nichts ausmachen so gehen wir mal wieder auf die heilungspriorisierung ich glaube das macht mehr sinn bevor wir nachher wieder irgendwer weg stirbt oder so wir müssen uns wirklich mal um um yu kümmern hier ne um yu der hat echt wenig lebensenergie wenn ich ihn mir so angucke der sollte nicht so weit vorne stehen er ist jetzt nicht gerade der große super kämpfer ja so schauen wir mal hier werden wir schon wieder ein bisschen kohle verdient ja hier gibt es medizin ja ist sowas gefunden ich hoffe doch mal tafnis light 200 tp wieder herstellen da können wir tatsächlich mal fünf stück von mitnehmen ich glaube die sind gar nicht schlecht 400 tp brauchen wir noch nicht äh so viel brauchen wir nicht 15 mp das ist natürlich viel zu wenig Stamina light hat 10.000 wow das hätte ich jetzt nicht erwartet das ist doch richtig teuer das Zeug dann soll das erstmal reichen hier in korea town ah Schatzsuche 500 jenal drehen sich die Leute sogar um weil wir so armselig sind wo sind wir denn jetzt ah da oben sind wir und wir könnten eigentlich auch mal zurück gehen da ist nicht mehr so viel Platz den wir noch erkunden müssen war da ein nein das war ein Spiegel ich dachte wäre ein Markierungsdreieck gewesen Sparviertel okay ich dachte das hätten wir komplett erkundet na gut dann Wachtmeister ja das passt ja jetzt so gar nicht oder ist das wirklich ein Polizist sieht irgendwie nicht aus wie ein echter Polizist der Typ vor allem nicht wenn er mit einem unerfahren Yakuza unterwegs ist so ja einfach nur mal geradeaus bis der Kinker Bridge ja gehen wir aus dem Weg so dann haben wir das auf jeden Fall auch alles erledigt da kommen Schläger von der Seite rein ja dann kommt her Freunde dann kommt her ein unerfahrener und ein streitsüchtiger Yakuza Nummer eins ausgeschaltet Yonanda genau aber Yu ist unser Heiler da müssen wir echt drauf aufpassen auf den Yonanda und er steigt in der Stufe auf auf 14 so itchy hab ich immer das Clou rein? steht hier vielleicht ein Tresor? nein aber eine Kiste mit Items und wenn wir rauskommen können wir den nächsten Streit anfangen geht ja schnell wir sind hier mittlerweile keine echten Gegner mehr hier ich bin gar nicht über Automatik und ich frage mich gerade warum hier nichts kommt bin ich wohl an das Knöpfchen gekommen bin ich da so Leute also ihr wolltet ja dass ich Yakuza 7 für euch spiele und ich muss ganz ehrlich sagen ja ich mag die Yakuza Serie ja sowieso und ich habe auch echt Spaß ich mag das Spiel ich mag so eine Art von Spielen und ich habe euch ja schon gesagt die Minigames hier im Yakuza die fand ich schon immer am geilsten ja da werden wir bestimmt noch einige von spielen können hier gibt es bestimmt auch wieder irgendwas zu entdecken hier oben da bin ich fest von überzeugt dass ich hier wieder irgendeinen Loot kriege und da geht es runter auf jeden Fall ja seht ihr ja ich habe recht eine Bento Lunch Combo ok geht es hier vielleicht runter zu Briefkästen ok naja hier finden wir aber nichts weiter mehr ich glaube das war es tatsächlich schon dann müssen wir wieder zurück aber hier ist ein Laden da könnten wir mal schauen die Bar Rodriguez ok ja das ist in Japan gar nicht so unnötig diese Mikrobars hier können wir aber nur von der Karte oder so was solls wir nehmen einfach mal die Empfehlung mit Getränk und allem drum und dran die Jungs sollen ja auch was essen na ich hatte eigentlich gehofft die äh dass sich die die Bindung zwischen den Jungs ein bisschen verbessert hier aber muss ja nicht sein wir haben ja noch andere Möglichkeiten wir werden schon noch genug Möglichkeiten bekommen das hier zu verbessern und ja hier ist Burnout Bully und erledigt aber ich glaube wir müssen uns etwas stärkere Gegner suchen um auch mehr Kohle zu verdienen und schneller aufzusteigen hier das bringt glaube ich so nicht allzu viel aber ich habe jetzt zwei was bedeutet diese Leiste da jetzt sind es drei ach es ist bestimmt ein Level 3 Gebiet hier oder so ich weiß es nicht ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen was diese Punkte da bedeuten ja rede gewandter Yakuza Black Hat Zauberer ja das wird mal wieder ein etwas interessanterer interessanterer Kampf das private Video von Kazuga der war 18 Jahre im Platz was soll an privaten Videos noch sein ja ich versuche auszuweichen aber ich krieg es nicht hin wirklich das ist teilweise manchmal echt schwierig jetzt verbrauchen die Toughness Light so war das eigentlich nicht gedacht und geblockt ne ja nicht geblockt boah die Jungs kassieren richtig und das war's auch für die höher Leveligen naja so viel mehr Kohle gibt es aber nicht aber dafür wenigstens im Suji Decks ein paar Sachen und ja so lohnt sich das Abbiegen schon ja theoretisch ja machen wir aber trotzdem nicht wir gehen erstmal noch links weiter und gucken uns an was hier noch sonst so ist dass wir so die äußeren Grenzen der Karte mal schon mal aufgetan haben wir fahren ja eh keine Autos rum wir laufen nur irgendwelche Idioten rum die gerne auf die Schnauze wollen dann soll es auch genau das geben unsere Anpassungsfähigkeit ein mal sehen ob wir dann besser klarkommen ich krieg nicht vernünftig geblockt ja so schnell war ich nicht mit dem rücksichtslosen Ansturm so schnell habe ich nicht reagiert das hat gereicht, gut einmal die Deckung hat gereicht wir sollten mal besser wieder priorisieren Stammesmitglied Ito naja das gibt auf jeden Fall wieder was für Suji Decks da haben wir jetzt schon einiges zusammen könnten wir eigentlich mal aufs Smartphone gucken ob wir da schon irgendwas gekriegt haben oder nicht ich meine ich habe die ganzen Smartphone Nachrichten ja bis jetzt noch nicht nachgeguckt oh das sind bereits Schmähls oi machen wir die mal weg hier ne manchmal findest du auf Bäumen Insekten die du fangen kannst selten Insekten kannst du teuer verkaufen einige sind auch für die Herstellung von Waffen wo ist das nützlich also geh auch nur verjagt Insekten als Waffen na gut ich habe keine Ahnung wieso weshalb warum aber ok na ich kann leider nicht einzeln weil ich muss tatsächlich alle anklicken das ist natürlich schon nervig ne um jetzt wirklich keine News zu verpassen also langsam denke ich na ja wo geht das denn nicht so langsam sollten wir doch drauf vorbereitet sein dass dass wir die neue Nachricht noch wirklich lesen das Crafting ist noch nicht frei bei 52 von 252 habe ich im Sujidex in unserer Gegner Datenbank das ist doch schon ein bisschen was ne aber ich frag mich ab wann ich da was bekommen sollte DLC Inhalte ah das ist bestimmt du hast keine Berechtigung für alle Inhalte zum runterladen ja klar ist garantiert weil das aus dem ähm aus dem Game Pass ist das Spiel nur noch eine sollten wir aber noch ein Gebiet sollten wir jetzt nicht weiter gehen was hier sind teilweise schon echt harte Kämpfe jetzt da sollten wir echt drauf aufpassen die hat aber richtig fett zugeschlagen ne bin ich wohl grad so sagen Automatiker aus mehr Gegenstände Defense Homemates boo nicht verfügbar der andere kostet 10.000 Schläger einprasseln auf Auf den. Okay. Augenüberfall gegen den Händewerfer. Oh, das ging schnell. Furchtlose Anführer. Das sollte gereicht haben. Wir müssen echt vorsichtig sein in dem Gebiet hier gerade. Ich meine, wir verdienen jetzt zwar hier auch ein bisschen mehr Kohle, aber das ist schon nicht ganz ohne. Wir uns davor werden uns vermutlich auch nicht einfach so in Frieden lassen. Es macht keinen Sinn, da lang zu gehen. Haben wir etwa Angst? 750 Yen für ein Taxi würde ich niemals bezahlen. What? Noch ein Kamm. Na dann. Eichenflaggen weg ist er. Ah, Taubenüberfall. Gegen den Reden gewandten Yakuza. Der kriegt das Schlägerprassern ebenfalls ab. Ja, 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 das wird schon ein bisschen gefährlich hier. Für unsere Lungs. Oh, da waren es noch zwei. Fuck, wie weggetreten. Kurzer Sekundenschlaf zur Erhöhung. Ja, wir sollten uns aber nicht unbedingt jetzt unheimlich lange hier aufhalten. Habe ich irgendwie so ein Gefühl, das macht keinen wirklichen Sinn. Ja, ich sag mal, okay, wir kriegen hier natürlich ein bisschen mehr Kohle, aber die sind schon echt gefährlich, die Kämpfe hier. Klar, wir können natürlich auch noch einiges hier verdienen jetzt mit den Kämpfen, aber... Wir sollten es auch nicht übertreiben, denke ich. Vor allem, weil wir hier eigentlich noch nicht wirklich so viel verloren haben, gerade. Deswegen willst du mir nichts verkaufen? Du bist ja im Restaurant. Na gut, dann finden wir uns mitten im Kampf wieder. Wir fänden jetzt nicht so ganz, aber... Wo ist der Black Hat? Egal, dann nehme ich den da. Ja, da steht der Black Hat auch im Weg, das ist gut. Das macht nix. Also, ich kann nicht umher, das hört sich für mich an, als wenn die die ganze Zeit Hure sagen. So, der Rest kann automatisch laufen. Ich glaube, jetzt können die auch nichts mehr verlieren hier, die Jungs. So, sind schon fast mit einer halben Schone dran, sehe ich gerade. Füüü. Ja, ich versuche halt mein Bestes, mit euch hier schneller voranzukommen. Aber ich bin halt nicht so wirklich begeistert davon, dass mich das Spiel so wirklich hier abhält vom Weiterkommen. Das mag ich nicht, das ist kein schöner Zug. Kein feiner Schachzug hier. Wir verkaufen uns tatsächlich nix hier, der Sack. Hier war doch gerade eben eine Unterführung, Alter, hinten. Habe ich da was gesehen? Na, da geht es aber nicht runter. Gumi Gang Thai. Na, wir sollten weiter in die Richtung gehen hier. Dann können wir, glaube ich, aus der Gegend hier wieder so ein bisschen verschwinden. Na ja. Leert aber trotzdem nicht die Frage, was wir als nächstes zu tun haben, ne? Beziehungsweise wie und wo wir jetzt noch weiter aufleveln können. Ich kann ja nicht so eine, die ganze Zeit hier so eine, so eine, so eine Waschlappen hier, äh, Farmen. Vom, das bringt uns ja auch nicht weiter hier. 280, ne? Also wenn wir jetzt irgendwas, äh, craften könnten, dann wäre das eine andere Geschichte, dass ich hier ein bisschen farme oder so. Könnte ich ja dann auch irgendwo verstehen, aber ich... Naja, so ganz so begeistert bin ich davon nicht hier. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir machen die Folge jetzt ein bisschen länger. Ähm, ja, wir müssen ja irgendwie auch rauskriegen hier, wie es weitergeht. Also ich hoffe, ich werde noch irgendwas in Erfahrung bringen, weil das reine Grinden hier kann es ja nicht sein. Okay, es ist ja nicht jetzt wirklich einfach nur hier rumrennen und grinden. Okay, klar, wir können jetzt noch Dosen, äh, das Dosen-Spiel ein paar Mal machen, aber... Das klingt jetzt auch nie weiter. Ja, wenn wir hier gegen Rinden und Döschen sammeln, ne? Tö. Oh, da oben ist noch eine Markierung. Das wäre jetzt das einzigste noch, was noch offen ist. Ich meine, die hatte ich zwar in der, vor zwei Folgen auch schon mal gesehen, aber... Wenn das alles ist, was uns noch bleibt... Und klar, wir können natürlich mit dem gewonnenen Geld jetzt gleich auch nochmal einkaufen gehen und noch ein bisschen, äh, schauen, dass wir was Waffen und Rüstung kriegen, aber... Ob es das dann wirklich gewesen sein soll? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist der alte Mann mit dem kleinen Jungen, meine Freunde, der ist Schotter. Hat er nicht gesagt, er will ihm etwas schenken? Oh, hallo. Na ja, weißt du vielleicht, was die Kinder heutzutage mögen? Mir fällt einfach nichts ein, worüber Schotter Kun sich freuen könnte. Ich dachte, da wüsstest du vielleicht mehr. Hast du ihn mal gefragt, was er gerne mag? Naja, ich seh ihn oft lesen, aber er ist ziemlich zurückgehalten, was das alles angeht. Das was erzählt er mir eigentlich nicht. Okay. Hm, was soll ich noch machen? Hast du eine Idee, Kasu-san? Du hast eine Option. Sag ihm einfach, dein Geschenk bin ich. Verstehst du? Hä? Ich will dem Junkern Angst machen, oder so? Nee, das könnte der Schotter echt freuen. Los, probier's mal aus. Ja, okay. Dein Geschenk? Bin ich? Nein, 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 nein. Die Charisma... Oh, okay. Okay, überlegen wir uns was anderes. Ja, das war ein Reinfall. Aber wie wär's mit einem gefertigten Wahn, wenn du mein Bücherregal baust? Wenn er viel liest, wär das doch cool, oder? Glaubst du echt? Dein Kind freut sich heute nur beim Bücherregal. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du wirklich nachgedacht hast. Ja, das ist was, das bemängle ich auch immer wieder. Also... Es geht nicht darum, dass ein Geschenk besonders teuer sein muss, sondern einfach nur, dass ein Geschenk passt. Ja, das ist kurz vor Weihnachten. Wir haben diese Diskussion wieder und wieder und wieder und jedes Jahr. Und es ist immer das Gleiche. Ja. 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 Ich hab so viel Deo hier und so viel Parfüm hier, das brauche ich alles nicht. Ja. Und ich hab keine Gedanken drüber. Weder meine Frau oder meine Schwägerin, meine Schwiegereltern oder mein Vater oder so. Ja, gut. Mein Vater hat sich das immer leicht gemacht. Er sagt einfach, hier hast du Geld, hol dir selber was Schönes. Ja, ist natürlich auch eine Variante. Aber gut, okay, wer will von einem 80-jährigen manchen, über 80-jährigen manchen erwarten, dass er sich mal groß Gedanken macht und sich mit dem beschäftigt, was mich jetzt interessiert. Ja, da könnte ja jeder von euch, glaube ich, sich besser reinfinden, wie mein Vater. Aber... Ja. Ja, das sind halt einfach so Sachen. Ich find's immer schade, wenn man merkt, dass Leute keine guten Geschenke machen können, weil sie einfach nicht zuhören. Ja. Zuhören. Einfach nur zuhören. Das sind Sachen, die können wesentlich mehr wert sein, als alles andere. Ja. Wenn ich merke, dass mir jemand, während ich mit ihm geredet habe, sich Gedanken gemacht hat und mir auch zugehört hat und das, was ich gesagt habe, auch irgendwo wertgeschätzt hat, dann ist das für mich viel mehr wert, als jedes Geschenk. Das sind leider Sachen, die passieren in der letzten Zeit immer weniger. Gerade seitdem Corona da war, entschuldigen sich immer mehr Leute mit so Sachen wie, ja, ich musste arbeiten, ich hatte keine Zeit, bla bla, irgendwas anderes. Und hier hast'n Gutschein, das war's, ja. Und pfff. Klar, ich kann nur mit einem Amazon Gutschein was anfangen, so ist das nicht, aber... Das enttäuscht mich einfach, dass sich Menschen da keine Gedanken machen. Ich meine, selbst ihr könnt mir einen Amazon Gutschein schenken und das sogar ohne 1 Cent Geld auszugeben, ja. Ihr braucht im Prinzip nur hinzugehen und irgendwas über meine Amazon Links zu kaufen. Na, ihr bekommt ja immer wieder mal Amazon Links zum Beispiel in der Beschreibung zu den Videos oder auf Gamolution gibt's ja auch Amazon Werbung drauf, da könnt ihr auch jederzeit draufklicken, ja. Ich meine, die Albekostenpauschale bezahlt ihr so oder so, wenn ihr bei Amazon kauft. Ja, ob ihr das wollt oder nicht. Macht also keinen wirklichen Unterschied. Ah, okay. Da können wir wenigstens die Nebenmissionen noch ein bisschen weitermachen jetzt. Okay, dann werden wir... Also, ein weiter Weg, ne. Ein sehr weiter Weg, meine Freunde. Also, da können wir mich jetzt tatsächlich schon drüber nachdenken, tatsächlich mal ein Taxi zu nehmen hier. Aber was soll's, wir nehmen kein Taxi. Wir machen das jetzt hier auf die große Tour. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was für unseren Pokedex hier. Unseren Leger Decks. Unseren Super Gangster Monster Decks. Kohle übrigens auf jeden Fall, wenn wir noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Also, da brauchen wir uns keine allzu großen Gedanken machen. Ah, da ist aber ein Taxi. Ja gut, komm. Wenn hier schon direkt ein Taxi ist. Ja, dann können wir trotzdem nicht wirklich viel weiter fahren. Ja, doch ein bisschen näher bringt uns das auf jeden Fall ran. So viel hat's jetzt wahrscheinlich nicht gebracht, aber immer ein bisschen. Ja, ist gut, wenn ihr unbedingt Schläge wollt. Dann beschäftigen wir uns mit euch. Oh, er blutet schwer. Ja, wenn man natürlich gelähmt ist, dann setzen die Schläge einem natürlich noch mehr zu. Und zack, wieder ein bisschen Material und ein bisschen Kohle verdient. Hier rüber gerannt. Und den Pfannen, da gehen wir einfach mal aus dem Weg. Ja, die Bar. Die können wir auf dem Rückweg, glaube ich, besuchen. Der ist mal... Was ist hier los? Ein materielhafte Karate-Schüler. Hm. Brauche ich nicht für irgendwas Holz? Ach ja, Jinai-san wollte, dass ich im Holz für ein Bücherregal besorge. Vielleicht kann ich ein paar von den Brettern haben. Hey, wenn ich vielleicht ein paar von den Brettern haben. Ich will ein Bücherregal bauen. Naja, wir verwenden die zum Trainieren. Wenn du einen geeigneten Ersatz hast, wäre das okay. Okay. Ich gebe auch einen besseren Gegner ab als die Bretter. Gut zuhören, aber wir halten uns nicht zurück. Alles klar. Kämpfen wir. Hahaha. Ihr wisst ganz genau, was jetzt passiert. Und es war nur unser Heiler. Latsch, Nummer 1 ausgeschaltet. Latsch, da liegt der Nächste auf dem Boden. Und wieder einer ausgeschaltet. Okay, wir wechseln mal auf die Offensive. Ach, den Lehrer hatten wir schon besiegt. Na gut. Egal. Machen wir das kurz. Komm, überspringen wir das. Den haben wir eh nur, komm, nichts besiegter. Gibt 3000 Yen und mehr Bindungspunkte. Unglaublich, dass wir gegen eine Natur verloren haben. Ja gehört. Wir fangen bei den Grundlagen neu an. Zuerst laufen wir ein bisschen. Ja, Sensei. Lauft weg. Moment, ich kann ein paar von den Brettern haben, oder? Nimm dir so viele, wie du willst. Ja, dann sind die Bretter jetzt fort. Super, das Holz habe ich jetzt. Jetzt muss ich nur Nägel auftreiben. Auch das kriegen wir sicherlich hin. Raktabagda. Da unten sind Nägel. Da muss ich eh den Wildbinkler finden. Oh, schon wieder so weit rennen. Ein geiler Mottenladen. Kein Zutritt. Also ist es dann blöd, ne? Oh, guck mal, was da ist. Das gefällt mir jetzt aber. Ja, natürlich, mach den Silver Safe auf, mein Freund. Da gibt's abgegangene Lederschuhe drin. Ist jetzt vielleicht nicht gerade das, wo man drüber jubelt, aber es ist besser als nichts. Und hier ist direkt der nächste Safe. Klammer auf. So, dann schauen wir mal, ob wir hier... Oh, die Arbeitsklamotten bringen tatsächlich mehr. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Man kriegt ein Land bei das Jackett. Aber die abgetragenen Lederschuhe bringen gar keinem was, ne? Ich hab's mir fast gedacht. Oh ja. Der sieht wirklich aus wie ein Polizista, der Wachtmeister. Ach, wir standen noch auf der maximalen Offensive. Ja, so kann ich natürlich auch meine MP verballern. Wie so ein Bekloppter. Vielleicht zum Anfang des nächsten Kampfes auf jeden Fall sofort ändern. Brennt's da? Ja, das ist Restaurant, ne? Moment, aber Restaurant heißt doch Essen. Hier brennt die Klima. Okay. Was redet ihr da? Was hast du über meine Mutter gesagt? Das heißt Arahara und nicht Ore-Ore. Oder wolltest du Kekse? Als wenn ich das was bringe. Das fällt mir jetzt erst auf der Bombenkäfer. Da war ja tatsächlich eine Figur. Also Dragon Quest, ne? Ich hab gar nicht dran gedacht. Was einem so alles mit der Zeit auffällt. Ich denk die ganze Zeit hier Bombenkäfer. Was für ein blöder Name. Teilweise ist das eine Dragon Quest Figur, der Bombenkäfer. Einer weg. Geistreiches Medium. Zweiter weg. Du wirst dich dann Leute finden. Ich muss so viel sagen, zum erhöhten Ausweichwert, ne? Bam Bam, weg ist er. Äh, nein, halt richtige Richtung. Hallo Frau Suppenküche. Ich kriege wieder eine. Ja, ich glaube, wenn ich es nicht übertreibe, ist alles gut. Hier drin können wir uns heilen. Richtig, da war ja so ein Heilschrank. Babalabab. Und dann weiter in die Richtung. Die können uns jetzt mal schonen bleiben, die zwei da. Dafür kriegen wir jetzt mit den zwei zu tun. Ja, gut. Was soll's. Dann wird das hier mal natürlich wieder eine Doppelfolge. Na, so sieht's wohl aus. Und da sind sie wieder, die Wildpinkler. Hey, ich nehme diesmal den Typ ganz links. Komm schon, Baby. Ja, jetzt klatscht es gleich richtig schön. Hey, weißt du... Man, ich hätte fast einen richtigen Großen erwischt. Oh, du hast geangelt? Ja, und? Willst du was? Nein, alles gut. Entschuldige mich, ich dachte, du wärst jemand anders. Na, schönen Dank auch, Mann. Ne, die anderen sind natürlich weg. Muss ich mir anders mal schnappen. Naja, klar. Einmal kurz weglaufen und wiederkommen, dann sollte es eigentlich gut sein. Hier gibt's keine Ninja. Die machen wir kurz fertig da. Die greifen nämlich auch unschuldige Passanten an. Dann schauen wir, ob wir hier noch Loot finden. Vielleicht steht hier noch ein Tresor rum. Soll ich es öffnen? Nö, du sollst einfach dran vorbeilaufen, Junge. Natürlich sollst du den öffnen. Jetzt sag mir nicht, die Arbeitsklamotten, die verrusten, sind jetzt sogar noch besser. Nein. 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 Naja, gut. Mir ist auch lieber, wenn ich anständige Sachen hab. Ach, gucke mal. Hallo, freut mich sehr. Ich will etwas verkaufen. Ah, was brauchen wir denn alles nicht? Der arme Zoo. Du liest dieses Buch. Kann es deine Güte erhöhen? Okay, das werden wir dann nicht verkaufen. Körperlicher Booster. Ein nützliches Trink, das dein Grundwert an TP erhöht. Da wissen wir aber schon, wer das gleich kriegt, ne? Ja, so wertvoll ist der Kranmer nicht hier wieder bei uns tragen, ne? Ja, gut. Aber wir können natürlich das Zeug verkaufen. Ja, warum sehe ich denn, ob das ausgerüstet ist? Ah, da dran. Nein, die Bandagen? Bandagen? Oh, die TP erhöhen sich. Gesundheitsring, Flammenamulett. So, die Sachen brauchen wir natürlich nicht. Mal sehen, ob wir hier was Gutes kaufen können. Harter Ball, Wurfmesser, Handgranate, Schlaf-Gasenball, Waserei, CDs, Arbeits-Overall, Sicherheitsschuhe. Die Sicherheitsschuhe bringen keine was von uns. Schlaf-Gas-Bälle. Kaufen wir mal zwei und zwei Handgranaten. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis, dass wir jetzt so viel Kohle ausgegeben haben gerade. So, da stehen die Idioten wieder. Einmal die zwei und die anderen stehen, glaube ich, auch wieder da gleich. Ne, da habe ich mich verguckt. Die standen noch nicht da. Aber ich muss die Sachen natürlich noch anlegen. Das wäre schon wichtig. So, weil Accessoires hat der nämlich jetzt hier keine angelegt. Und wenn ich dem jetzt nämlich den Gesundheitsring gebe und ihm die Bandagen anlegen lasse, dann steigt nämlich schon die TP eigentlich ein ganzes Stückchen. Ichiban hat für den Kopf keine Ausrüstung. Okay. Dann trägt er zwei Flammen-Amulette. Ruchi Adachi trägt auch keine Ausrüstung. Dann gehen wir doch nochmal zurück in den Pornshop. Natürlich. Ich habe versucht, ganz knapp reinzukommen, aber es reicht nicht. Das ist doch albern hier. Geht mir doch einfach aus dem Weg, Leute. Also, wenn die mir noch irgendwas könnten. Ich will was kaufen. Zwei Helme hätte ich gerne. Ja, wir könnten noch drei Helme kaufen. Ah, der Kurz hat jetzt 187, unser Heiler. Das wird ja so langsam ein bisschen besser. Wir hatten aber auch noch einen Gesundheitstrank, den wir dem geben können, ne? Auch das ist erledigt. Geht ganz schnell. So, wir hatten bei den Gegenständen noch was, ne? Der arme Zoo. Güte. Klar, das geht an mich. Der Körperbooster. Geht an Number. Ja, ja, wo sind die vier Jungs? Zwei können wir ja schon mal ausschließen. Der Zweite von rechts. Ich wette, das ist der, der da wild durch die Gegend hängt. Yo. Ach, du Arschloch. Jetzt habe ich mich mit Pipi vollgesaut. Ach, so denkst du also über mich? Der meint mich wie ein Verbrecher. Alter, du bist ein Verbrecher. Wer denkt, dass er einfach überall hinpullern kann, der steht definitiv auf der falschen Seite des Gesetzes. Wer ihn juckt, hat er keine Auswirkung auf irgendjemand. Hör auf, deine Pissprobleme auf mich zu projizieren. Die Beschwerde kommt nicht von mir. Die Leute sagen, dass du den Fluss vergiftest. Vergiften. Eher beleben. Ich verteile nur ein paar Nährstoffe. Nimm dir ein bisschen. Siehst du, deswegen sind die Bullen hinter dir hier. Und jetzt lass den Scheiß. Alter, willst du mir echt in die Suppe spucken, was? Ich habe eine Gabe. Ich muss meinen Penis präsentieren, weil mein Penis so schön ist. Das ist das Lebenswerk. Mein Daseinszweck. Mein Freudensaft fließt weiter. Nein, tut er definitiv nicht. Soweit wirst du nämlich nicht brennen, das nochmal zu verströlen. Du bist Zauberer. Okay. Okay. Oh Mist. Also gut, komm mit ganz ruhig. Und zieh den Reißverschluss hoch. Gut gemacht, Kasuga-san. Das war eine gute Tat. Ich gebe mein Bestes. Aber warum musst du unbedingt da drin pinkeln? Hast du dich nie gefragt, wie es sich anfühlt? In der Umarmung von Mutter Natur zu pieseln? Nein. Nicht wirklich. Verstehst mich doch, oder? Nein, überhaupt nicht. Alles gut, du Freak. Alles andere zählt sogar mehr auf dem Revier. Verdammt. Mein Glück ist wohl aufgebraucht. Danke für eure Mithilfe. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Das ist nicht schlecht. Noch mehr Bandagen kann man immer gebrauchen. Ehrlich zu sein muss ich auch mal austreten. Ich suche lieber ein Klo. Eine goldene Gelegenheit wurde abgeschlossen. Tja, so viel können wir nicht mehr machen, ne? Jetzt wird es immer, immer enger. So, der kriegt jetzt noch die Bandagen an. Dann hat der auch noch ein bisschen mehr TP. Sogar am meisten von allen. Was hat der denn hier immer noch markiert? Der Junge hat bestimmt die Nägel, wa? Hey, hast du schon von den Kappers gehört? Habe ich nicht. Wirklich? Beim Gerücht nach verstecken sich 10 Kappers in Yokohama. Und wenn du ein Foto von jedem der 10 Kappers machst, bringt das Glück. Aber weißt du, was ich an diesem Kappa hier mag? Der hat einen süßen Hintern. Wie wohl die Hintern von den anderen Kappers aussehen? Also kurzum soll ich den Foto-Modus aktivieren. Naja, gut, bis ich den Foto-Modus aktiviert habe, gibt es erst noch mal ein bisschen Klappe. Aber wirklich nur ein bisschen. Weil das ist schnell vorbei. Und vorbei. Ich sag doch, das ist schnell vorbei. So, da ist der Foto-Modus. Und schon wieder geht's haue. Die können's nicht lassen, die Jungs, ne? Der Schlitzer-Adachi. Einer Schlitzer wurde von Adachi besiegt. So, Foto-Modus. Mach mal lieber zwei Fotos von. Boah, ernsthaft. Na gut. Dann sei es... Ach nee, wir wollen doch noch die Nägel, ne? Was war denn die Markierung von dem Kappa? Wo gibt's denn die Nägel? Ah, die gibt's da unten. Ah ja, gut. Das wird aber auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Bis das erledigt ist. Ich glaub, wir prügelen uns jetzt noch mal mit den zwei, ne? Ja. Ja, mit dem Metallwesen haben wir echt Glück gehabt als Waffe, ne? Den wir da bekommen haben, der ist echt gut. Der ist bis jetzt unübertroffen. Aber gut, ich denke, wenn wir die Nägel haben, ist die Folge auch beendet. Ist eh schon eine Doppelfolge, Leute. Ist eh schon eine Doppelfolge. Und ich sag mal, am Ende werdet ihr mit euren Views entscheiden, wie weit es noch weitergeht, ne? Also, ich werde jetzt hier, ja, ich glaube, ich habe da schon eine ganze Weile lang Bock drauf. Ich werde die Sachen in Staffeln organisieren. Ja, das schwebt mir schon eine ganze Weile vor, ja? Die Let's Plays in Staffeln zu organisieren, sodass ihr dann auch immer wisst, so, ja, hier ist jetzt erstmal Schluss, hier wird eine Pause gemacht. Ja, warten wir auf die nächste Staffel. Ja, das müssen wir natürlich kurz erledigen, wenn wir hier schon vorbeikommen. Ja, das ist das mit den Nägeln, okay. Du, das Reste ist scheißlos, Leute. Leg den Clown um. Ja, ja. Dann schauen wir mal, wer hier wen umlegt. Die werden sich nicht mal wirklich wehren können. Ah, der geht ein bisschen weiter, der Straßengangster. Aber viel wird er auch nicht hinkriegen. Und jetzt? Kriegt er halt trotzdem hin, die Schnauze. Ja, er gibt wenigstens wieder ordentlich Geld. Ein paar coole Gegenstände. Danke, dass du mich gerettet hast. Wie kann ich mich revanchieren? Nicht nötig, das hier rechnet mir völlig. Okay, ich hab die Nägel. Oh, meine, 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 meine. Oh, ich hab holzene Nägel. Jetzt muss ich mich südlich der Sakura River Street mit Jinaizan treffen. Was ist denn, was ist denn hier? Ist das dieses Viech? Nee, ist es nicht. Ist doch irgendwas noch. Wer kann doch nicht das Taxi meinen hier. Ach, brauchen wir jetzt nicht den Kampf. Wo müssen wir denn hin? Da. Dann machen wir's kurz und gehen die vermeidbaren Kämpfen aus dem Weg und nehmen nur die unvermeidbaren kurz mit. Ich sag ja, manchmal ist es echt schwer abzuschätzen, wie lange so eine Folge dauert. Dauern kann, dauern wird. Wir werden in der nächsten Folge jetzt dann nochmal versuchen, die Mission mit den Jakuza zu starten. Ich hoffe, so langsam reicht's. Ich kann's euch nicht versprechen, dass es klappt. Kann natürlich sein, dass wir beim nächsten Mal wieder in einer Grinding-Folge enden und wir im Prinzip schon wieder von vorne anfangen müssen. Ja, was heißt von vorne anfangen? Also weiter grinden müssen. Ich hoffe's ja nicht, weil so langsam wird's ein bisschen langweilig mit dem Rumgegrinde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich rede ja jetzt auch schon ein bisschen mehr, damit ihr auch ein bisschen Unterhaltung habt. Hier immer nur den Kämpfen zu gucken, ist ja auch langweilig auf Dauer. Ja, ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dabei. Es gibt wenige, die wirklich so lange bei einer Folge dabei bleiben und schauen, was wirklich passiert. Kann ich aber auch verstehen. Wenn ich nicht gerade über eines der wichtigsten Themen der Raid rede, dann gibt's eigentlich keinen Grund, hier so bei so einer Grind-Folge so lange dran zu bleiben. Aber okay, würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem bis hierhin zugeschaut habt. Also hinterlasst mal ein oder zwei Hey's in den Kommentaren, wenn ihr wirklich bis hierhin geschaut habt. Das würde mich echt mal interessieren, wie viele und wer hier wirklich bis zum Schluss guckt. Virus ziehen. Hey, du hast ernsthaft so Holz und Nägel besorgt? Ja, du hast gesagt, du hast kein Geld, also... Verstehe, das heißt also wirklich nachdenken. Ach, nichts, du hast nur echt richtig um die Ecke gedacht. Das ist doch keine große Sache, also bauen wir das Bücherregal. Taka, 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 bauen wir ein Bücherregal. Aha. Hey, nicht zu feste. Ah, das Brett ist gesprungen. Kein Problem, sind ja noch ganz viele da. Warum hab ich das Gefühl, das geht trotzdem in die Butts? Nicht? Oh, es ist doch ein Bücherregal geworden. Man kann es als Bücherregal erkennen. Fertig, das nenne ich mal ein Bücherregal. Tja, der schwerste Teil wäre geschafft. Jetzt musst du es ihm nur noch geben. Ah, glaubst du echt? Er freut sich über ein Bücherregal, das ein alter Penner wie ich gebaut hat. Vielleicht schmeißt das einfach weg. Hey, du hast es das Hof weit gebracht, Junge. Gib jetzt nicht auf. Sich Sorgen zu machen, ändert sowieso nichts. Da ist er. Schottakun. Was ist denn alles in Ordnung? Wer bist du? Ich heiße Kasuga. Aber zerbrich dir. Wegen mir nicht den Schädel. Der alte Mann will dir etwas sagen. Wie? Ich? Ich? Ich habe gehört, dass du Geburtstag hast. Also habe ich dir ein Bücherregal gebaut. Du hast mir doch gesagt, dass du gerne liest. Weißt du noch? Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, du hast dir gemerkt, dass ich gerne lese. Das ist unglaublich. So ein tolles Regal. Schön, dass du dich freust. Da hat sich die Mühe gelohnt. Ja. Und wieder eine gute Tat. Ja, kein Problem. Das musst du gar nicht. Ich bin sogar echt gut gelaunt. Wollen wir nicht was essen gehen? Hä? Aber bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Mal sehen, wie wäre es mit der Isekai Rot? Klingt gut. Ich mache mich fertig. Geh du ruhig schon vor. Ja, sicher doch. Mann im Anzug beobachtet das. Das könnte heißen, da kommt noch irgendwas. Aber ich habe es euch ja gesagt. Nach der Aktion machen wir jetzt Schluss mit der Folge. Ja. Ich muss mein Mikro umstellen. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Wenn ihr wirklich bis hier geblieben seid, Respekt an euch. Hinterlasst doch mal ein dickes, dickes, Hey, Hey, Hey im Kommentarfeld. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hier tut sich noch ein bisschen was. Bevor wir hier die Yakuza stürmen müssen. Also ich habe das Gefühl, hier kommt tatsächlich doch noch ein bisschen was. Dann hinterlasst mir einfach ein Kanalabo. Am einfachsten geht das, indem ihr auf das Kanal-Logo klickt, das jetzt eingeblendet wird. Und immer daran denken, das kleine Glöckchen anzumachen, damit ihr Bescheid wisst, wann das nächste Video kommt. Ansonsten, wenn ihr nicht warten könnt, gibt es jetzt nochmal zwei weitere Videos von mir. Angezeigt. Andere tolle Inhalte, klickt mal rein. Aber für heute bin ich erstmal raus. Euer Big Frank sagt Ciao, bis zum nächsten Mal.